Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, das ist jetzt eigentlich nur ein Test. Das heißt so viel wie, ich nehme jetzt 15 Minuten zum Test auf und gucke, ob Fraps wieder abstürzt. Also ich habe Fraps deinstalliert und neu installiert. Ich habe die Grafikkarte rausge... also wieder entfernt. Das heißt, ja, die Grafikkarte ist jetzt halt wieder meine alte. Und deswegen will ich wissen, ob Fraps jetzt wieder einwandfrei läuft oder nicht. Das heißt, es ist jetzt 15 Minuten sozusagen eine Testaufnahme. Und ich hoffe, Leute, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ist das sowieso gleich wieder weg. Weil das heißt, die Datei ist wieder nicht lesbar. Das heißt, ihr werdet dieses Video nie zu Gesicht bekommen. Deswegen rede ich jetzt eventuell komplett nur mit mir selbst, aber das tue ich sowieso immer. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben... ich glaube, ihr habt den letzten Schalter schon nicht mitbekommen. Ich weiß nicht... What the fuck? Ich weiß nicht, was ihr alles mitbekommen habt. Wie gesagt, es tut mir echt leid. Leute, es ist gerade alles ein bisschen... Oh, Stufe gestiegen. Äh, es ist gerade alles ein bisschen kaputt und sowieso. Ich werde jetzt sehen, ob es jetzt irgendwie besser ist. Ich weiß es nicht. Ich werde das alles nur unter Versuch speichern, damit ich das dann nochmal mache, falls ihr es nicht seht. Ähm, ja, was kann ich sonst noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Und zwar... Weiß ich schon, was mich in dem nächsten Raum erwarten wird. Deswegen bin ich gerade ein bisschen skeptisch. Moment... Moment... Äh... 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 Halt. Armonierter Kraft bleibt an. Oder für die beiden Ringe. So. Ähm... Ja, deswegen... Muss ich gerade ein bisschen kurz gucken. Ähm... Mana-Bonus 10. So. Und zwar erwarten uns hier zwei Scheiß-Typen. Na komm, erscheint. Muss ich schnell sein. Ne, leer vor allen Dingen. Verreckt doch! Scheiße. Riesenproblem. Okay. Ah, sonst bin ich so, wie ich will. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Es leckt überhaupt gar nicht. Woran liegt das? Ach, Leute. Ich verstehe... Ich verstehe meinen PC nicht. Nein. Fuck. Fuck, fuck. Verdammt. Leck. Okay. Scraps nimmt anscheinend noch aus. So. Das ist ja mein Hauptproblem zur Zeit. Leck mich am Arsch. Ich häng fest. So. Weg hier. Ganz schnell weg hier. Aua. Schneller, 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 schneller. Hey, hey. Los, weg, du Arsch. Verpiss dich. Aua. So, gegen die Wand. Ja. So, gucken, ob der was bei sich hat. Ne, nur ein Dings da. Okay. Jetzt kommt die Schaltersache wieder. Ich speichere, wie gesagt, unter Versuch. Und zwar unter Versuch 2. Denn ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich bin... Ich bin überfragt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich freue mich, wenn ja. Ich glaube aber nein. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, wir versuchen das Ganze jetzt mal. Wir fangen jetzt wieder mit der Mitte mal an. Und machen jetzt mal rechts, links. Vielleicht ist es ja die gleiche Kombination. Obwohl, nein. Rechts, links. Was machen wir jetzt? Links, rechts. Mal schauen, ob es funktioniert. Links. Jetzt hat der zweimal gedrückt. Ach du Scheiße. Ne. Ne, 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 ne. Da kommen jedes Mal die neuen Typen. Ja, das ist ja lustig. Ne, 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 ne. Das kann ich auf keinen Fall zulassen. Ähm. Also nochmal. Äh, Mitte. Ja, Mitte schon drücken. Ach, jetzt habe ich schon wieder zweimal gedrückt. Ich idiote. Und gleich nochmal. Nein, falscher Spielstand. Ha. Hm. Toll. Ja, Leute. Ich weiß, ich beanspruche gerade etwas eure Zeit. Tut mir leid. Obwohl, eventuell seht ihr das Video ja auch nicht. Aber egal. Wie gesagt, ich bin heute besser drauf. Ich will das Spiel heute auf jeden Fall durchkriegen. Und es ist immer noch ein Test. Ja. So. Nochmal, Mitte. Das Problem ist... Ja, jetzt drückt er schon wieder zweimal. Was soll denn der Scheiß? Was soll der Kack? Ich drücke doch nur einmal. Kann mir mal einer sagen, was der Scheiß soll? So. Einmal drücken. So, jetzt habe ich da die nur angetippt, die Taste. So. Äh, jetzt wollte ich links machen. Antippen. Na, geht doch. So, und jetzt rechts. Antippen. Oh. Ich hatte recht mit meiner Vermutung. Das ist spiegelverkehrt, das sozusagen. Okay. Der dritte Schalter wird umgelegt. Jo. So, theoretisch müssen wir jetzt nur noch das Tor nach... Ah, toll. Kein Mana. Theoretisch müssen wir nur das Tor jetzt wieder verschieben und dann da runter gehen und da unten dann... Was ist denn jetzt mit meiner Rune? Hä? Was soll der Scheiß denn? Fünf. Danke. So. Theoretisch sind wir dann fertig und dann können wir weiter. Ja. Also, theoretisch, äh, ja. Theoretisch heißt nicht nicht, äh, heißt aber auch nicht ja und wie auch immer und bla 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 bla. Ich hab vergessen, dass da neue Dinger hier beschwören. Okay. Schattenkrieger, nein. Fuck, ganz schlecht. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, Leute, ich hab grad keine andere Wahl, als zu laufen, wollte ich gerade sagen. So, ich hoffe, sie sind weg. Eventuell sind sie aber noch hier um die Ecke. Okay, anscheinend sind sie weg. Gut, dann hat sich das erledigt. Boah, erschreckt mich nicht so, Alter. Ist hinter mir der Schattenkrieger, ja, war klar. So, jetzt kommst du. Komm her. Komm her. Oh, geschafft, endlich, äh. Ah, kann ich nicht machen. Ja, bla 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 bla, ist mir egal. Kleine Wunden heilen. Also, laut meinen Berechnungen müssten, müsste in sechs Minuten, circa, ne, doch, in fünf, in fünf Minuten oder was müsste eigentlich mein, äh, Fraps abkratzen. Ja, genau. Ja. Egal, mal schauen. Wie gesagt, ich werde es jetzt durchlaufen lassen, auch wenn der Spielfortschritt halt ein bisschen besser ist. Ja. So, Tür aufmachen. Äh, Dings da, äh, wieder. Hä? Was soll der Fressen jetzt? Ich würde gerne, ja, andere Seite aufkriegen, also, äh, Schalter. Ja, perfekt. Danke. So, und jetzt runter. Äh, wo ist denn runter? Da ist hoch. Runter ist also da. So, jetzt muss ich nur mal eben, ich fülle nochmal eben meine Energie komplett auf. Und meinen Mana eventuell auch. Ja, warum nicht? Jo, nochmal speichern. Also, gerade läuft es irgendwie an.